Wie kommt es eigentlich, dass andere Menschen Dinge glauben, die wir für vollkommen absurd halten? Und wie kommt es, dass wir an Dinge glauben, die andere Menschen wiederum für vollkommen absurd halten? Wie kann es sein, dass wir uns in einer Sache vollkommen sicher sind und am Ende dennoch falsch liegen? In diesem Video möchte ich mit dir fünf psychologische Theorien oder Effekte teilen, die dafür sorgen, dass selbst falsche Überzeugungen unglaublich überzeugend auf uns wirken können. Zunächst einmal, denke ich, sind wir uns alle einig, beziehungsweise es ist für uns alle einleuchtend, dass die soziale Gruppe, der soziale Kontext, in dem wir uns befinden, unglaublich prägend auf unsere Meinungen und Überzeugungen wirken kann. Und der erste psychologische Effekt, der bezieht sich darauf, dass sich innerhalb von Gruppen Meinungen tendenziell polarisieren, beziehungsweise extremisieren. Woran liegt es? Wir Menschen streben alle nach Bestätigung, nach Anerkennung von anderen Menschen. Und wenn wir uns in einer sozialen Gruppe befinden, weil wir diese Anerkennung haben möchten, haben wir die Neigung dazu, Argumente zu liefern, die im Einklang mit der vorherrschenden Gruppenmeinung sind. Und es findet wie so eine Art kleiner, subtiler Wettbewerb statt, wer die Meinung besitzt, die am meisten im Einklang mit der vorherrschenden Gruppenmeinung besteht. Und ja, zur Folge hat es auch den sogenannten Effekt des gemeinsamen Wissens, also der Effekt, dass Argumente mit einer wesentlich höheren Wahrscheinlichkeit genannt werden, wenn alle Personen diese Argumente kennen. Andere Argumente, die vielleicht ebenfalls wichtig wären für dieses Thema, werden im Gegensatz dazu eher beiseite geschoben und nicht erwähnt in diesem Kontext. Und das sorgt in der Konsequenz logischerweise auch wieder dafür, dass man selbst immer mehr überzeugende Argumente für die eigene Position hört und immer weniger Argumente gegen die eigene Position. Und dadurch verfestigt sich und extremisiert sich tendenziell durch soziale Gruppen die eigene Meinung in eine bestimmte Richtung. Aber nicht nur in sozialen Kontexten besteht so eine Selektion von unterschiedlichen Argumente, sondern auch wir als Individuen haben eine sehr selektive Wahrnehmung. Und das bezeichnet der sogenannte Confirmation Bias. Der Confirmation Bias bezeichnet unsere Neigung, Informationen so auszuwählen und zu interpretieren, dass unsere eigenen Erwartungen bestätigt werden. Zum Beispiel, wenn mir ein Freund sagt über eine bestimmte Person, dass die total anstrengend ist und ich dieser Person tatsächlich irgendwann begegne, dann habe ich ein gewisses Voreinstellung, Voreingenommenheit der anderen Person gegenüber und dann interpretiere ich das Verhalten von der Person mit einer höheren Wahrscheinlichkeit tatsächlich als anstrengend, wie wenn ich unvoreingenommen dieser Person begegnet wäre. Oder ein anderes Beispiel könnte sein, wenn ich an Gott glaube, dann werde ich Situationen, alle möglichen Situationen eher eben unter dieser Vorannahme, dass Gott existiert, deuten. Im Kontrast dazu, wenn ich nicht an Gott glaube, werde ich die Situationen eben nicht mit der Existenz Gottes deuten. Und das kann dazu führen, dass Situationen, die womöglich überhaupt nichts über die Existenz Gottes aussagen, ich als Bestätigung für meine eigene Position sehen kann, obwohl es eigentlich gar nichts damit zu tun hat. Oder zum Beispiel auch, wenn ich davon ausgehen würde, dass Männer systematisch diskriminiert werden würden, dann würde ich eher Situationen zum einen wahrnehmen, wo Männer auf eine Art und Weise im Nachteil sind. Keine Ahnung, Männer sind häufiger im Gefängnis, schneiden schlechter im Bildungssystem ab, sterben früher und dann würde ich eher diese Situation zum einen wahrnehmen und dann aber auch eher als tatsächliche Zeichen der Diskriminierung deuten, obwohl das womöglich gar nichts mit Diskriminierung zu tun hat. Aber mein Confirmation-Bias sorgt eben dafür, dass ich diese Situation auf diese Art und Weise interpretiere. Und ein Stück weit kann man den Confirmation-Bias erklären durch die Art und Weise, wie unser Gedächtnis funktioniert. Grundsätzlich ist es nämlich so, dass neues Wissen an unser Vorwissen versucht wird anzuknüpfen und wenn so eine Verknüpfung zwischen Vorwissen und neuem Wissen hergestellt werden kann, dann wird dieses Wissen mit einer höheren Wahrscheinlichkeit erinnert. Wo neue Informationen hingegen, die überhaupt nicht in unser bestehendes Schema passen, die werden mit einer geringeren Wahrscheinlichkeit erinnert. Natürlich können auch neue Schemata gebildet werden, aber grundsätzlich ist es einfacher, Informationen zu integrieren in unser bestehendes Wissensnetzwerk. Beispielsweise ist in dem Kontext auch möglich, dass Kartenleser deswegen als glaubwürdig geachtet werden, weil wenn sie Informationen über einen erzählen, die zutreffen, diese mit einer höheren Wahrscheinlichkeit vermutlich erinnert werden als Informationen, die nicht zutreffen. Und man deswegen sich eher an die Punkte erinnert, die eben im Einklang mit dem eigenen Vorwissen über einen selbst im Einklang sind. In dem Kontext auch interessant ist der sogenannte Barnum-Effekt. Der Barnum-Effekt bezeichnet die Neigung von Menschen, vage und allgemeingültige Aussagen über die eigene Person als zutreffende Beschreibung zu interpretieren. Das kann man auch wieder im Kontext des Confirmation Biases sehen. Das heißt, unser Vorwissen über uns selbst sorgt dafür, dass wir vage und allgemeingültige Aussagen eben deuten im Kontext unseres Wissens über uns selbst. Und das sorgt dafür, dass zum Beispiel Horoskope oder verschiedene esoterische Methoden oder auch im christlich-charismatischen Kontext Worte der Erkenntnis, die mehrdeutig sind, die wenig Aussagegehalt haben, gefüllt werden mit dem Vorwissen, das wir uns über uns selbst haben und in diesem Kontext sozusagen interpretiert werden. Ja, und das sorgt eben dafür, dass diese Effekte zumindest zum Teil erklärt werden können. Jetzt ist es aber nicht nur so, und damit kommen wir zum nächsten Effekt, dass wir unser Vorwissen heranziehen, um neue Informationen zu interpretieren, sondern unsere Überzeugungen über die Realität haben auch einen Einfluss darauf, welche Realität sich vor unseren Augen tatsächlich manifestiert. Und das ist der Effekt der sogenannten selbsterfüllenden Prophezeiung, von der du wahrscheinlich schon mal gehört hast. Unter einer selbsterfüllenden Prophezeiung versteht man, dass eine ursprünglich falsche Definition der Situation ein neues Verhalten hervorruft und dieses neue Verhalten dafür sorgt, dass die ursprünglich falsche Situationsbeschreibung tatsächlich wahr wird. Zum Beispiel, wenn mir ein Wahrsager prophezeit, dass ich im kommenden Jahr meine Seelenpartnerin finden werde, dann sorgt es vermutlich dafür, dass ich mich Frauen gegenüber tatsächlich offener und lockerer verhalte und mir vielleicht denke, ah, vielleicht ist das meine Seelenpartnerin, der ich jetzt begegne. Und dadurch erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass ich tatsächlich eine Partnerin finde, von der ich glaube, dass es meine Seelenpartnerin sein könnte. Oder auch ein interessantes Experiment, das von Rosenthal durchgeführt wurde. Da wurde Lehrern gesagt, dass diese und jene Kinder, die zufällig ausgewählt wurden, besonders begabt sind. Und tatsächlich konnte man nach mehreren Wochen zeigen, dass diese Kinder tatsächlich zu einem späteren Zeitpunkt bessere IQ-Ergebnisse hatten, obwohl sie das am Anfang der Studie nicht hatten. Einfach deswegen, weil die Lehrer davon ausgingen, dass diese Personen intelligenter sind und dementsprechend ihnen mehr zugewandt waren und diese Personen mehr gefördert haben, als es der Fall wäre, wenn sie diese Informationen nicht gehabt hätten. Oder im privaten Kontext kannst du beispielsweise der Überzeugung sein, dass du nicht attraktiv genug bist, um eine Partnerin anzuziehen. Und das könnte dafür sorgen, dass du dich unattraktiv verhältst und dadurch deine ursprüngliche Annahme sich tatsächlich bestätigen, nämlich, dass du nicht attraktiv genug bist, um irgendjemanden anzuziehen. Und so können eben diese selbsterfüllenden Prophezeiungen dafür sorgen, dass eine ursprünglich falsche Annahme sich bewahrheitet und dadurch als Bestätigung und Bekräftigung für meine ursprüngliche Annahme dient, obwohl diese ursprüngliche Annahme an sich gar nicht richtig gewesen wäre. Und zu guter Letzt kommen wir noch zur kognitiven Dissonanztheorie. Die kognitive Dissonanztheorie geht davon aus, dass wenn wir unterschiedliche Einstellungen, Überzeugungen oder Verhaltensweisen haben, die im Widerspruch zueinander stehen, dass das einen unangenehmen Spannungszustand auslösen, den wir Menschen versuchen zu vermeiden. Das heißt, wenn wir zwei unterschiedliche Einstellungen haben, dann versuchen wir, diesen Spannungszustand zwischen diesen Überzeugungen aufzulösen, indem wir zum Beispiel die eine Position bekräftigen oder die andere kleinreden oder ignorieren. Und wenn wir jetzt unsere bestehende Position haben und uns mit neuen Informationen konfrontiert sehen, dann ist es wesentlich wahrscheinlicher, dass wir die Position aufrechterhalten, in die wir schon eine ganze Menge investiert haben, die auch mit vielen Argumenten und vielen Erfahrungen verknüpft ist. Und die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass wir neue Informationen, mit denen wir uns konfrontiert sehen, wenn sie im Widerspruch zu unseren bisherigen Einstellungen sind, eher ignorieren, eher beiseite schieben, eher kleinreden, eher bagatellisieren und unsere bisherige Position rechtfertigen und Rationalisierungen finden dafür. Und das sorgt eben dafür, dass eben sich auch wieder unsere bisherige bestehende Position verstärkt, bekräftigt wird und wir nicht wirklich offen sind, andere Argumente an uns heranzulassen. So, kommen wir zu einem Fazit für dieses Video. Zum Schluss ist mir wichtig zu sagen, dass all diese Effekte, die ich genannt habe, eben nicht nur in Bezug auf die Verschwörungstheoretiker oder die Religiösen oder die Fanatiker oder was auch immer gelten, sondern in Bezug auf uns alle. Diese Verzerrungsfehler, diese Wahrnehmungsfehler beziehen sich auf Meinungen, seien sie noch so alternativ oder noch so Mainstream, egal ob zu politischen oder religiösen Themen oder was auch immer, wir alle haben diese Neigung zu einer verzerrten Wahrnehmung und deswegen würde ich mir wünschen, dass dieses Video nicht bei dir ausschlüßt, dass du dir denkst, ha, hier entdecke ich gerade diesen Confirmation Bias bei dir und jetzt mache ich dich darauf aufmerksam, wie falsch du eigentlich denkst, sondern im Gegenteil, dass du einen respektvollen Umgang mit der anderen Person kultivierst und in eine Diskussion mit anderen Meinungen gehst, mit einer gewissen Neugier auch deine eigenen Verzerrungen wahrzunehmen vielleicht, und Argumente zu begegnen, die eben nicht in Einklang mit deinen eigenen Überzeugungen sind. Und ich glaube, wenn das der Fall ist, wenn wir uns respektvoll gegenübertreten, gerade jetzt in Zeiten von Corona, wo die Diskussionen teilweise sehr heiß laufen, dann glaube ich, ist uns allen damit geholfen und wir können alle etwas dazu lernen. Wenn du meiner Meinung bist, dann darfst du sehr gerne dieses Video teilen oder mir einen Daumen nach oben geben, wenn dir das Video gefallen hat und dann freue ich mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, mach's gut, servus!